Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich ein paar von den Blumen einfach klaue und mit nach Hause nehme, weil die eine oder andere Lieblingsblume von mir auf jeden Fall dabei ist. Unser Auftrag ist es, Blumen in den Fokus des Verbrauchers zu bringen. Und diese Installation, die wir hier in der Mall of Berlin gemacht haben, bringt genau auf den Punkt, was wir wollen. Blumen erlebbar machen. Wie wir hier in der Blumeninstallation auch schon mitbekommen haben, ist, dass Blumen 200 Prozent glücklicher machen, wenn wir sie anschauen. Ich finde das super toll und wir sollten uns immer von frischen Blumen umgeben. Auf einmal findet man hier eine Oase, die einfach so voller Leben steckt und genau das macht, was die Blumen bei mir zu Hause machen. Einfach die ganze Welt ein bisschen schöner und in dem Fall auch noch auf eine sehr beeindruckende Art und Weise.